5 Minuten! Was ist los? Sind die nicht ans Dicht oder was? Auf du blöde Tür! Das ist eine Scheiße! Ich raste gleich aus hier. Ich habe mich hier viermal geprägt. Junge, ich schieße hier das Magazin in das Arschloch rein! Mit seinem platten, flachen Arsch Alter! Oh, ich bin schon wieder tot! Nein! Ihr Sack! Ich sehe ja auch nicht hier. Der perfekte Hubschrauber kommt einfach nicht, den der gerufen hat. Da wartet wahrscheinlich auch 2 Minuten, bis das Ding da ist. Oder 4. Manchmal war das ja 4 Minuten. So, jetzt kann ich unser nicht rufen, weil der auf sein wartet. 5 Minuten! Was ist los? Sind die nicht ans Dicht oder was? Mein C ist plus 2 unterwegs. Ja. Ich denke das sind 4. Na ja, der eine hat sein gerufen, der noch nicht da ist. Und unsere kommt in 5 Minuten. Ey, die sind doch nicht ans Dicht. Ich habe langsam die Faxen dicke hier. So, jetzt stehe ich ja blöde 5 Minuten rum, oder was? Vielleicht ist das 1-Zone, hast du gewählt? Äh, Delta 2. Und dann fliegen wir ja nochmal dort 3 Minuten, wenn wir da sind. Ja, fliege ich doch nochmal. Hello, hello. Let's talk about Chopper, baby. Ich schieße gleich ab. Ich bin, die klasse. Nee. Nee. Ich versteh das nicht. Wir machen dann noch ein bisschen was hier. Boah, Alter! Die sind doch schon dreimal flügeflogen, aber eher in der Stelle. Ja. Komm her! Nein, komm mal her. So. Oh, das war nicht. Jetzt. Mein Liebster. So. Äh. Ich hab die Buchte rein hier. Keine Ernst, bis er tot im Feld. Weggeklappt. Das muss man mal ausprobieren. Ach, schau. Ach, Stein. Was? Boah. Was? Wo ist der Idiot? Boah. Ich steh nicht dort. Er verreckt wird doch nicht, weil er platt im Weg ist, oder was? Boah. Alter, ich hab... Oh, ey. Ich raste bald noch aus hier, Alter. 25 Schuss. Das ist 12 von mir, Mama. Und hier war ein Platt dazwischen, Alter. Ja. Ich hab gesehen, dass ich den nicht getroffen habe, weil das Platt da war. Das hat alles getankt, das Platt. Oh, komm. Ach, komm, Alter. Träger nach Burschen, unser Scheiße. Und dann verreckst du wieder, weil ich so ein Mist, ey. Ich hab bei dem Bock mehr. Das Spiel ist geil, es macht Spaß, aber so hab ich langsam keine Lust mehr. Nee, die müssen viel dran machen machen, weil das halt erst mal. So, hier haben wir das noch mal an. Da hab ich das letzte Mal mich erbruch gekämpft. Ich glaub ich hab da 30 Leute erschossen und dann kam er noch und hat mich von oben durch den Fußboden weggemacht. Hahaha. Der wackelte Pusch wie blöder. Ja. Dann müsste ja einer können wir hacken. Der fliegt schon wieder dahinten. Boah, da sind ja viele. Ja, ja. Rückwärtsgang eingelegt. Boah, die werben gar nicht, Alter. Wir gehen gleich drauf, ja. Hört die gar nicht, die schießen. Oh, ein Dreck. Das sind eine Million. Alter. Alle unsterblichen oder was? Ja. Die komm ich gleich raus. Denk ich. Freilich sind wir Ecker. Mindestens 3er. Jetzt sind immer geflogen irgendwie. Hier oben. Gibt's auch auf. Die Pinder. Ja, die Backpatrouille. Ja, die Backpatrouille. Das ist noch einer. Da stehe ihn noch nicht mal, Alter. jetzt können nach dem bleiben gucken hier ist wieder ein platz ich habe mal die faxen dicker da war wieder ein schlapp also ich war auf einen dummen schädel drauf aber das platt hat alles abgeleitet jetzt hat er geschrien wir haben doch schon seit einem halben minuten nicht mal geschossen wenn ich jetzt hier vorweg gespielt die sterben nicht das ist zehn schuss noch einmal hör doch auch ich klitsche hier durch die gute junge ach komm das dumme hunde aber ich wollte mir ja penkeler mitnehmen was auf der karte rüber in der tür stehen welche das hier drin ein geruckel junger wie die türen zugeht ja in zeitlupe ich denke hier liegt was auf dem tisch ach so vielleicht in einem anderen zimmer oder anderes zimmer oh ne ne halt doch die schnauze ich lösche den scheiß gleich wie die türen aufgehen ja in zeitlupe gehen die auf ich sehe bei mir geht ja auch nicht auf hier die ähnlichen die ich zugemacht habe in fünf oder fünf meter schritten hier die auch zack 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 oh ne ist das ein trauerspiel diese scheiße hier ne ich könnte heulen die gehen alles auf hier da willst du den scheiß spielen und du kannst es nicht ich habe es gefunden wir müssen ins nachbargebäude da gibt es auch noch was geh doch mal aus dem weg das ist unspielbar diese scheiße hier ja das ist einfach unspielbar das wäre für das kacke das wäre für das kacke geh doch mal auf du dreckstür ist das ein jammertal auf du blöde Tür ist das eine scheiße ich raste gleich aus hier ich bin weg halber das ist doch nicht normal ach so hier brauchen wir Schlüssel oder was hier eine AK-77M ist doch so eine geile das ist doch eine schöne ich brauchst doch keine AK-77M hat ja zumindest ein Skirp drauf ein gutes so dann hat er etwas hier hat irgendwas anderes irgendwas muss ich hier drauf wollen aber ich weiß nicht mehr was und wo ich kann aber nicht raus tappen kommt die nur oder kommen die nicht ich hab doch gehört die wissen es selber nicht so richtig das spiel entscheidet kurzfristig Idat hat er drauf hier ah was hat er drauf Idat ach so B33 Reuel ist das, was du brauchst, um das drauf zu machen. Aha. Gut zu wissen. Eine Seife abholen, aber was soll ich denn hier eigentlich? Das war auch wieder in irgendeinem Raum. Undock, unnahen. Hier waren wir schon in der Ordnung. Komm mal, jetzt ist überall blick. Ach so, wir hätten einfach bloß rüber gehen müssen vorne. Das ist geil, ja. Das sieht alles zu, oder was? Irgendwie war ich nicht schlau. Man weiß ja auch nicht, ob eine Tür euch dann noch aufgeht oder was. Aber es steht jetzt nicht mehr Open, sondern Kick. Dann sind sie zu, dann brauchst du schon ein Drittel. Ander und steht immer da. Nee, C108 ist hier. Nee, die ist du, ja. Und die hier, hier steht Open. So, jetzt. Nach dem Zehnten versuch. Okay. Irgendwas muss ich hier abholen. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja nicht raussteppen. Hm. Weil ich dann Angst habe, dass wieder die Aufnahme nicht mehr weiterläuft. Hm. Hier brauchen wir Schlüssel. Hier brauchen wir auch Schlüssel. Na gut, jetzt müssen wir uns ins Hauptquartier vorarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das war. Ich weiß nicht, ob ich das war. Ich weiß nicht, ob ich das war. Boah. Oh, was ist der Raum hier? Also, Herbverein. Gucken wir mal, was ist das Essen und Trinken? Da schreit sich immer noch die Seele aus seinem Hessen in den Manz. Ist das jetzt hier auch ein was? Nein, kann ich nicht. Ist das hier? Haben sie eine Gurke in den Arsch geschoben? Ich habe da gerade Munition aufgehoben. Wo ist denn die jetzt? Hä? Ach da. Monat, schon ein ganz blöder Junge. Verzweifelt an allem. Direkt, gleich mal. Alter, zu wie die Buden. Du bist. Istar, grammi. Ich habe es. Ich habe es einen Blick auf den Arsch, in der Nähe. Und hier. ich habe jetzt kassen junge wäckiglose und bodenfeld ich bringe aber wir ich spring aber wie wahrscheinlich brauchen wir ein schlüssel für die quest naja gehen wir überhaupt und hast du einen genüpfschuss hier kriegt die rotten sich gesammeln schließen sie aber sie können uns doch gar nicht sehen wir sind hier in der ecke und das ist übel und was da kann ich noch einmal auch weg ok das hat sich ja nur noch auf dem wands geschossen lang sehr dumpf ja man kann auch nicht richtig schießen der rennt rum und schießt aber du kannst gar nicht du musst stehen bleiben verstehst du es ist so ich kriege ja noch die latte mit diesen trex assis alter du musst stehen bleiben und die luft anhalten und die rennen hier rum und schießen alter und dann triffst du noch eine stunde später felder um ja und dann rennen sie auch so schnell aber du kommst nicht hinterher mit dem ziel ein plan schließt zehnmal daneben und und das schießt fünfter alter sieht uns noch gar nicht aber schießt erst mal direkt hier los weil es schießt ja keiner zurück das können ja nur wir gemeint sein auf den oft in und also ein ein einfach nur ja Was? Ist das nicht das Hauptquartier? Hä? Das ist gut. Jetzt muss ich mir auf die Map gucken. Ach nee, das ist noch eine ganze Ecke vorn, Alter. Oh. Ich dachte, wir sind schon da. Mhm. Leider nein. Oh, ich brauch mal Munition. Und da wird nichts haben, da ich so... Das rote sind da. Ja, bei Munition haben die... Ich frage doch mal 4, ne? Ja, ja. Ja, ja. Da ist noch was drin, was hat... Noch 45 mal 9,30 war das. Hier habe ich noch ein Rest. Alles top. Da habe ich noch was. Äh... Hier hat das ja noch... Ich habe ja eh... Die AK ist ja... Geh doch mal auf, ist doch keine Scheiße auf. Ich krieg mich ja... Sinnlos in Rage, Junge. Ohne Witz. Ich kriege noch durch mit dem Spiel. Ja. Machen wir da jetzt wieder. Schick. 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 Na weis. Verdammt. Verdammt, ja. Das ist noch ein leiser Fleck. Ja. Ah ne, hier hinten war das. Okay. Der hat auch eine... DQA1 hat Munition für sich. Okay. Der ist schon immer so... ein Gaskranker unterwegs. Mhm. Oh, es ist nur ein Geruckel, Alter. Es ist nur ein Geruckel, Alter. Ich bin nicht da tot hier. Alter. Ich kann nicht in ein Haus rein, schnell. Dass es ja auch keine Tastenbelegung gibt. Schick. Schick. Der Vater frisst da nur ein Penkel und das war's. Heilung. Von wegen. Ich geh nicht auf hier. Scheiße. Ich geh in das Feld rein. Ich geh in das Feld rein. Ich leg mich hier hinter uns. Schick. Schick. Er legt es doch hin, du nicht. Das Fatzenspiel, ansonsten geht man langsam auf den Sack. So was Kremliches. Ein mittelste Wunder. Ins Ohr. Ja. Feuer oder was? In so... Das sind die Wange, ja. Aber ich hab übelst schnell Blut, Alter. Jetzt ist er nicht mehr. Was finden? Na ja. Es geht nicht. ich habe es doch gerade geheilt was hat er denn noch so ein problem ich habe ich würde jedes innere organen würde ich darstellen damit ich mir ja auch das arschloch richtig bildlich zusammenflicken kann aber lunge und da drunter hast du noch irgendwas und da ist da noch was der marken und dort und das sack und alles hat doch die schnauze so ein müll game aber ich habe bald die faxen dicke hier kommst du kannst dich nur aufregen oder die scheiße richtig übel ist das dann schießt einer irgendwo her das sieht ja von unten nach oben und über alle sieben berge jungen jetzt kommen wir zurück du guckst und siehst ihn einfach nicht kriegst du aber gleich wieder dann gleich direkt eine um die fresse hier geht es den berg runter hier im plateau aber ich habe geguckt habe ich keinen gesehen da schießt von der unten irgendwo ja ich sehe hier keinen alter und es knallt das spiel ist so ein bullshit du musst mal die durch die berge gucken können da sehen die dich hier oben und dann fangen die an zu ballern genau das ist doch das ist doch ich habe die schnauze voll von diesem tracks game alter das rief alles andere als flüssig jetzt so weg gerannt oder was jetzt hat mir die erde verschluckt und jetzt so hat er sich entschieden zusammen ich habe eine leichte wunde wird er da gehe ich den boden gleich vor allen dingen die leichte kratzer am arm und kopfschmerzen mehr habe ich nicht beim unterfallen habe ich nicht dreimal gedreht jetzt schießt er euch doch könnt ihr ihn mal in ruhe lassen jetzt guckst du das ist da kein alter da ist keiner man ein halbes magazin ihm wird in seine fresse geschossen da eben ja auch mit pp schieße ich vor allen dingen schon mehr geht nicht also was denn jetzt so mit seinem platten flachen arsch so kann man das nicht spielen dass das ist nicht spielbar für ein track ich schieße hier auf diesen blöden das fällt einfach nicht rum volle bude mehr ging nicht wir haben baum lehnt was bei mir liegt doch bei mir sitzt der hier am baum als müsste der kacken ja fies wurde er mensch oh jetzt fällt er um also der hat bloß gezappelt das ist noch einmal ganz hinten in welche richtung hoch dahinten wo der tank ich sehe den tank nicht die kommen hier rüber die kommen hier rüber zu mir ach so das ist ein alter die munition geht ja weg die warme senden das ist es ja auch noch der war tot und macht noch einen schritt nach links oder rechts das war ein sidestep sidestep ja das wars auch aber eigentlich war er schon tot ja ja ist das war ja ich hab noch aus kommt schon keine reine heute hier ist er noch ja ja da wollte reinkommen wollte hier was da wollte reinkommen ja nein ich mache es jetzt hier kommen wir das baust ja das hat erledigt das spiel jetzt das ist doch dumm von wo von wo bitte ringsrum wende voneinander war niemand auf immer schießt weg was soll das die verarschen ist das können sie alle spielen also so ein dreck das ist richtiger müll aber auch keiner da wo denn ich sehe kein les war auch keiner da ich habe an die tür geguckt aber keine riesrum sind wende dauerfeuer in wands ich bin tot er hat schießt durch die tür ja er schießt durch die tür aber direkt nicht ich mach ich löschen ist ich hab den top